Hallo und herzlich willkommen zu It's Fonk. Ich bin Isa und heute geht es um meinen Lesemonat für den Mai 2019 und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, es sind einige Werke zusammengekommen, deshalb fangen wir hier direkt an. Und ich fange an mit einem Buch, das vielleicht relativ untypisch für mich ist, nach wie vor. Und zwar ist das Consequences von Aletha Romig. Das ist ein Dark Romance Roman und für mich ist es etwas relativ ähnliches wie Saving Grace, nur eben mit einem etwas krasseren Gewalt- und Erotikanteil. Es geht um eine junge Frau, die in einem luxuriösen Zimmer aufwacht und nach und nach fällt ihr ein, warum sie da ist. Denn sie wurde gewissermaßen entführt und ihr Peiniger sagt ihr, dass sie einen Vertrag unterschrieben hat und dass sie alles tun muss, was er ihr sagt. Und so ist sie in ihrem goldenen Käfig gefangen. Das Genre ist ja, wie gesagt, nicht unbedingt meins, aber ich fand, dass die Umsetzung hier definitiv spannend und gelungen ist. Denn es wird hier nichts verherrlicht, was hier passiert. Es ist einfach ein Roman, der auch gewisse Psychothriller-Elemente beinhaltet. Und ja, für mich war es einfach gute Unterhaltung. Sie hatte mal ihre Längen. Das Buch ist mit ungefähr 650 Seiten auch echt relativ lang. Es hätte für mich ein bisschen kürzer sein können, dann wäre es vielleicht auch zur einen oder anderen Länge nicht unbedingt gekommen. Aber für mich waren das immer noch vier Sterne und ich war relativ positiv überrascht. Sicherlich wird Dark Romance jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, sich darauf mal einzulassen. Und da gibt es auch eine Rezension hier auf dem Kanal. Findet ihr natürlich unten in der Infobox. Ja, und wir machen gleich weiter mit den Rezensionsexemplaren. Da habe ich ein, ja, Sachbuch, wenn ich so möchte, für euch. Und zwar Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft. Das ist ein Roman in Stimmen. Das bedeutet, dass wir hier Monologe von Betroffenen haben, die erzählen, wie es damals eben so war, wie sie teilweise heute leben, unter den Auswirkungen des Reaktorunfalls, der sich im Jahr 1986 ereignet hat. Und ich fand diesen Roman wirklich nicht leicht zu lesen, einfach weil hier ziemlich schreckliche Dinge beschrieben werden. Aber natürlich war das, was damals passiert ist, auch unfassbar schrecklich. Und man hat immer ein gewisses Bild im Kopf, wie das Ganze gewesen sein muss. Aber was man hier in diesem Buch liest, macht das Ganze einfach noch viel erschreckender. Also es ist ein Horror, den man sich eigentlich nicht ausdenken kann. Und ich fand es wichtig, dieses Buch zu lesen, einfach weil es einem nochmal vor Augen führt, dass man diese Katastrophe nicht als Gesamtes sehen darf, sondern eben auch daran denken muss, wie viele einzelne Schicksale da eigentlich dran hängen und wie viele Menschen darunter zu leiden haben. Hier geht es insbesondere um die Menschen in Weißrussland. Denn Tschernobyl liegt zwar in der Ukraine, aber eben an der weißrussischen Grenze. Und Weißrussland ist eben ein Land, das wahnsinnig stark unter diesen Auswirkungen auch heute noch zu leiden hat. Ich fand dieses Buch relativ augenöffnend. Ich hatte nicht unbedingt Freude am Lesen, aber ich bin froh, es gelesen zu haben. Auch dazu gibt es eine Rezension. Und dann habe ich ein Jahreshighlight für euch und zwar Rohstoff von Jörg Fauser. In diesem Roman geht es um Harry Gelb. Er möchte unbedingt Schriftsteller werden, aber im Grunde genommen sieht seine Realität so aus, dass er ein starkes Drogenproblem hat und an verschiedenen Orten unterwegs ist. Mal in Istanbul, mal in verschiedenen Städten in Deutschland. Und er jagt seinen Traum, aber dennoch hinterher ein richtig spannendes Werk. Auch wenn der Inhalt an sich gar nicht so spannend ist. Aber die Entwicklung des Charakters ist hier einfach wahnsinnig tiefgreifend. Und es hat mich auch einfach berührt, was ich hier gelesen habe. Der Schreibstil ist außergewöhnlich und es hat mich einfach begeistert. Aber deutlich ausführlicher gibt es das auch nochmal in einer Rezension, die ihr unten in der Infobox findet. Dann habe ich auch noch einen Comic gelesen. Und das ist ein relativ besonderer Comic, denn er vereint Biografien. Und zwar Biografien von ParlamentarierInnen. Und zwar geht es um das Parlament von Simon Schwarz. Hierin finden wir verschiedenste Persönlichkeiten, die innerhalb der letzten 175, 200 Jahre tätig waren in Deutschland, die sich für die Demokratie eingesetzt haben, die für die Demokratie gelebt haben und die teilweise eben auch für die Demokratie umgebracht wurden, beziehungsweise für ihren Glauben an die Demokratie. Ich finde insbesondere die Auswahl, die hier getroffen wurde, wirklich toll. Einfach, weil man so eben von Persönlichkeiten erfährt, die man nicht unbedingt kennt, aber die dennoch einen ganz wichtigen Beitrag geleistet haben. Es geht um verschiedenste Parlamente, die es in Deutschland gab und es zieht sich bis zur heutigen Zeit hin. Und ja, ich fand es einfach wahnsinnig toll geschrieben. Es ist ein toller Querschnitt durch die ParlamentarierInnen. Und insgesamt finde ich es einfach bemerkenswert, dass jede Person wirklich nur auf einer Seite zusammengefasst wurde. Auch darüber rede ich in der Rezension, dann mehr findet ihr ebenfalls unten. Aber das ist auch nochmal eine richtig dicke Empfehlung. Von mir gab es fünf Sterne dafür. Und das ist definitiv auch ein Werk, in das man immer mal wieder reinlesen kann, auch wenn man es eigentlich schon durchgelesen hat. Also ganz, ganz große Klasse hier wieder von Simon Schwarz. Damit sind wir dann durch mit den Rezensionsexemplaren und wir kommen zu den sonstigen Büchern. Und als nächstes habe ich hier Lyrik und zwar von Selma Meerbaum-Eisinger, Blütenlese. Das Besondere an Selma Meerbaum-Eisinger ist, dass sie schon sehr früh gestorben ist, nämlich mit 18 Jahren in einem Arbeitslager unter den Nazis. Und ganz viel, was man hierin lesen kann, beschäftigt sich eben auch damit, was sie dort erlebt. Teilweise nur indirekt, aber die Gedichte gehen schon in eine ganz deutliche Richtung. Und wir haben es hier mit Werken zu tun, die sie im Alter von 15 bis 18 Jahren verfasst hat. Und es ist einfach der Wahnsinn, was für ein Talent dieses Mädchen hatte, was hier alles versammelt ist und auch wie schnell sie erwachsen werden musste. Denn ich finde, vieles, was sie hier beschreibt, sind einfach Dinge, die sollte man in diesem Alter nicht erleben müssen. Und ja, es ist einfach etwas, das ganz tief unter die Haut geht und das ich euch auch sehr, sehr ins Herz legen kann. Ich finde, das ist einfach auch ein wichtiges Stück Erinnerungskultur und ich kann es euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Dann habe ich in einer Leserunde von Bookmarked Die Glasglocke von Sylvia Plath gelesen. Das ist auch ein relativ autobiografischer Roman und es geht um unsere Protagonistin Esther, die ein Praktikum in New York macht bei einem Magazin und nebenbei beschäftigt sie sich aber vorrangig mit ihrer Psyche, denn sie ist stark depressiv und sie wagt innerhalb dieses Buches auch Selbstmordversuche und Sylvia Plath hat sich ja auch ein halbes Jahr, nachdem dieses Buch veröffentlicht wurde, umgebracht. Und ja, es ist schon krass, was man hier liest. Ich bin mit Esther manchmal nicht ganz so warm geworden, denn sie ist schon sehr, sehr eigen und auch die Dinge, die hier in dem Buch beschrieben werden, sind teilweise auch wahnsinnig trivial, manchmal auch ganz schön abgefahren. Und ja, also ich verstehe, warum das Ganze eine ziemlich hohe Relevanz hat und ich bin auch froh, es gelesen zu haben, aber es hat mich eben nicht so ganz angesprochen. Von mir gibt es dafür aber dennoch vier Sterne, denn es war wirklich gut geschrieben und ja, ich finde auch diese Abgründe, die hier beleuchtet werden, sind eben auch gut beschrieben. Natürlich, da eben auch die Autorin all das gewissermaßen erlebt hat, wenn vielleicht auch nicht genauso, wie es hier beschrieben ist, aber nichtsdestotrotz war es schon eindrucksvoll. Dann habe ich für euch noch einen völligen Flop, von dem ich nie gedacht hätte, dass es einer werden könnte und zwar Unter uns die Nacht von Becky Chambers. Das ist der dritte Roman der Wavefahrer-Reihe und die ersten beiden Bücher fand ich großartig. Auch der zweite Band hat sich in die Jahreshighlights für 2019 eingeschlichen, aber dieses Buch war so schwach. Ich habe das zusammen mit Janine von Poesie losgelesen und wir haben uns beide eigentlich die ganze Zeit drüber aufgeregt und ich glaube, hätte ich es alleine gelesen, ich hätte es abgebrochen, denn es gibt hier quasi keine richtige Handlung und dafür ist dieses Buch einfach viel zu dick. Es ist zwar manchmal ganz nett, was man erfährt, gerade wenn man die Bücher davor schon gelesen hat. Da gibt es einem einfach nochmal ein Stück von dieser Welt. Es geht hierin um die Menschen und wie diese im All überleben, nachdem sie die Erde zerstört haben. Das ist jetzt kein Spoiler für die Bücher, denn das Ganze ist schon längst passiert. Von daher ist es halt nicht schlimm, dass ich euch das jetzt verrate. Aber ich fand diese Umsetzung absolut schrecklich. Wir haben hier Charaktere, die teilweise keinen wirklichen Zweck erfüllen. Auch die Storylines, finde ich, sind nicht gut genug verknüpft und an sich fehlt mir einfach der Sinn, der hinter diesem Buch steckt. Von mir gab es zwei Sterne, ja, also ich fand es sehr, sehr schade und ich bin nicht sicher, ob ich euch den Roman empfehlen kann. Die ersten beiden Teile kann ich euch sehr ans Herz legen und die könnt ihr auch lesen, ohne dass ihr dann den dritten danach lest. Aber ja, also für mich war es einfach eine riesige Enttäuschung. Ja, dann habe ich hier noch zwei erfreuliche Bücher zum Schluss für euch. Zum einen von Fuminori Nakamura, der Dieb. Ich mochte ja die Maske von Nakamura schon sehr, sehr gern. Der Dieb ist ein Roman, den er da vorgeschrieben hat und es geht eben um einen Dieb. Und dieser Dieb ist ein Taschendieb. Er kann davon ziemlich gut leben, das ist halt sein Job. Und eines Tages wird er aber in ein Geschäft mit reingerissen, das sein Leben bedrohen soll. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Der Roman ist relativ dünn und ich finde, vieles muss man einfach selber lesen. Ich fand den Roman durchaus gut. Ich fand ihn allerdings nicht so stark wie die Maske. Von daher gab es von mir nur so vier bis viereinhalb Sterne. Aber dennoch kann ich es euch sehr ans Herz legen. Gerade wenn ihr die Maske sehr mochtet, werdet ihr mit dem Dieb auch eure Freude haben. Und ja, das war einfach eine schöne Lektüre für unterwegs. Ich hatte es innerhalb von einer Woche durch auf meinen Bahnfahrten und habe mich da eben auch sehr gefreut, dass mir das Buch so gut gefällt. Und es ist auch sehr kurzweilig geschrieben. Wir beleuchten den Charakter unseres Diebes relativ gut. Und ja, es war einfach eine spannende Sache, die gepasst hat. Und ich kann euch den Dieb ans Herz legen. Und mein Highlight ist ein Buch, das gerade auch wieder ein bisschen in aller Munde ist, weil es auch eine Verfilmung dazu gibt. Und das ist der Fall Collini von Ferdinand von Schirach. Es geht darum, dass ein pensionierter Gastarbeiter einen alten Mann erschießt. Und es gibt auch überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass er es war. Er lässt auch selbst die Polizei rufen. Und wir begleiten in dem Buch insbesondere den Pflichtverteidiger, der ihm zugeordnet wird. Und der versucht eben herauszufinden, warum der Mann das getan hat. Denn er schweigt darüber und es ist gar nicht klar, was das Motiv war. Und das Motiv ist aber die dicke Message, die hinter der Geschichte steckt. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich habe dieses Buch wirklich innerhalb kürzester Zeit durchgelesen, weil ich es so unfassbar spannend fand. Das ist aber kein ganz normaler Krimi, denn es geht insbesondere um die Seite des Anwalts, um das Juristische dahinter. Und das fand ich aber unheimlich gut umgesetzt. Und ich habe den Film dazu jetzt auch schon gesehen und will euch dazu dann eben auch noch ein bisschen was erzählen. Das Buch hat von mir übrigens fünf Sterne bekommen. Der Film ist meiner Meinung nach eine sehr passende Umsetzung des Buches. Es gibt ein paar Änderungen, die ich aber nicht schlimm finde. Denn ich finde, einiges, was man hier im Buch liest, kann man nicht unbedingt gut eins zu eins auf die Leinwand bringen. Und dementsprechend mussten eben ein paar Änderungen her. Aber ich fand die Änderungen, die es gab, wirklich gut, um das Ganze auch wirklich als spannenden Film zu inszenieren. Ich fand ihn sehr atmosphärisch. Ich fand den einen oder anderen Cut vielleicht ein bisschen zu krass für die Story. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Film sehr empfehlenswert. Also wenn man ihn nicht im Kino sieht, kann man ihn spätestens, wenn er rauskommt, definitiv mal schauen, wenn man das Buch mochte. Und ja, also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe schon gehört, ein paar Sachen sind juristisch nicht ganz sauber. Aber darum geht es eigentlich auch nicht unbedingt in dem Buch. Klar, wir beleuchten hier die juristische Seite. Aber das, worum es geht, ist schlussendlich was anderes. Also alle, die es gelesen oder gesehen haben, wissen, worauf es hinausläuft. Ich möchte es euch aber nicht vorwegnehmen. Ich finde aber die Message des Filmes und des Buches wirklich wichtig und gut. Und ja, also eine dicke Empfehlung für den Fall Collini. Das war definitiv eine Geschichte, die mich im Mai gut bewegen konnte. Erst im Buch und dann im Film. Also definitiv auch eine Empfehlung. Ja, und zu guter Letzt muss ich noch über ein abgebrochenes Buch sprechen. Und zwar ist das Die Zeit, die Zeit von Martin Suter. Dazu hatte ich das Buch hier, habe es dann aber als Hörbuch gehört. Die Umsetzung als Hörbuch fand ich auch sehr gut. Aber die Geschichte hat mich unfassbar geschlaucht. Und ja, ich hatte da irgendwann einfach keine Lust mehr drauf. Es geht um zwei Männer, einen etwas jüngeren, dessen Frau erschossen wurde vor einem Jahr. Und er denkt einfach immer noch Tag für Tag daran, warum seine Frau sterben musste. Und so gerät er dann an seinen Nachbarn, der sich irgendwie verdächtig verhält. Das ist ein älterer Herr. Und es wird klar, dass auch dieser Mann seine Frau verloren hat. Aber er hat einen Plan, wie er versuchen möchte, die Frau wieder zurückzuholen. Das ist alles sehr skurril. Es geht nämlich um Zeitleugner. Es geht sehr viel um Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien. Und ich fand es nicht gut, wie ernst diese Theorien in diesem Buch genommen wurden. Und irgendwann hat es mich einfach nur genervt, dass einfach der Kern des Ganzen eine Verschwörungstheorie ist. Und die Geschichte handelt im Grunde genommen auch nur davon, wie diese beiden Männer um diese Verschwörungstheorie herumeiern. Und die kommen dabei aber auch gar nicht in die Pötte. Und so habe ich das Hörbuch ungefähr bei der Hälfte abgebrochen. Und das Buch habe ich inzwischen auch gar nicht mehr, einfach weil ich es nicht lesen möchte. Denn, ja, mich interessiert es einfach nicht. Ich bin ziemlich enttäuscht gerade, weil ich weiß, dass einige Leute große Fans von Martin Sutter sind. Aber, ja, damit sind wir leider keine Freunde geworden. Das war auch direkt mein erstes Buch von Martin Sutter. Vielleicht nicht ganz so toll. Aber, ja, so ist es halt manchmal. Das wollte ich euch auch noch kurz erzählen. Und da fällt mir ein, ich habe noch ein Hörbuch beendet und ich abgebrochen. Das habe ich jetzt gerade völlig vergessen. Und zwar die Kängurukroniken Teil 2, das Kängurumanifest. Ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen. Ich mochte die Kängurukroniken unheimlich gern. Und ich fand das Kängurumanifest fast noch besser. Ich habe das immer morgens beim Fertigmachen gehört. Und, ja, ich hoffe, es hat mich niemand verrückt lachen gehört in der Zeit. Aber ich finde diesen Humor einfach großartig. Ich weiß, nicht jeder mag ihn, aber ich liebe ihn. Und, ja, mir hat das definitiv viel Freude beschert. Und, ja, ich hatte einfach einen unheimlichen Spaß beim Hören des Kängurus. Und im Moment höre ich jetzt auch schon den dritten Teil. Den habe ich auch noch gar nicht gehört. Und, ja, das war jetzt mein Lesemonat für den Mai. Ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei. Falls ihr eines der Bücher schon gelesen habt, schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Da würde ich mich sehr gerne mit euch austauschen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!